moin moin liebe youtube und herzlich willkommen zu einem weiteren test video ja mit einer weiteren agento cake und zwar der wolter multicolor die mir wirklich positiv in erinnerung geblieben ist durch diese raschen abbiegenden kometen also scrambling comets in rot grün gelb blau und violett ein schöner seltener effekt mal sehen ob sie mit ihren 20 mm und 200 gramm nemm die sterne auch ordentlich verteilen kann 25 schuss 14 sekunden laufzeit agento wolter multicolor stay tuned muss es auch mal freihand versuchen ja leider komplett über kopf gefilmt das ding die farben der wolter multicolor die waren natürlich wunderschön von den scrambling comets also den abbiegenden kometen habe ich mir ganz ehrlich ein bisschen mehr erhofft nach dem produktvideo vielleicht müsste man das ganze auch aus einer anderen perspektive sehen trotz alledem denke ich ich müsste sie mir nicht noch mal kaufen